Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. In diesem Video soll es um ein paar News gehen, unter anderem um Puma mit Kering zusammen, Volkswagen mit Lamborghini und noch um Airbus, Beyond Meat und ein paar andere. Da kommen wir dann aber gleich nochmal zu. Wir fangen jetzt direkt einmal an mit Puma und Kering, denn Kering hat Anteile von Puma verkauft, insgesamt 5,9% von Puma. Das heißt also, sie werfen immer mehr von Puma auf den Markt. Sie haben insgesamt noch 4%. Da muss man allerdings dazu sagen, dass dort eine Haltefrist von 90 Tagen gilt. Das heißt, innerhalb der nächsten 90 Tagen können sie die letzten 4% nicht verkaufen. Das Ganze liegt nicht daran, dass Puma schlecht ist oder sonst was, sondern einfach an der Produktstrategie. Das ist zumindest die Aussage. Man hat ja diese Produktstrategie, dass man in dem Luxussegment ist und Puma kann das Ganze wohl nicht so widerspiegeln, wie man sich das gerne vorstellt. Puma ja Sportartikelhersteller, ihr kennt ihn sicherlich alle und genau deswegen wird man sich dort höchstwahrscheinlich dann noch weiter zurückziehen bzw. hat jetzt ja schon relativ stark angefangen. Kommen wir zu den nächsten News und zwar Volkswagen und auch Lamborghini, denn Lamborghini soll eventuell aufgekauft werden und zwar von der Quantum Group. Einige von euch kennen die vielleicht. Die stehen auch in Verbindung mit Ferdinand Pirch bzw. mit der Pirch-Familie. Und es ist so, dass die kennt ihr vielleicht auch Aufsichtsrat von VW damals, sagt euch sicherlich was, Porsche und so weiter, dass die halt auch ein eigenes Auto Elektro Startup haben. Da soll im Übrigen das Konzept 2022 mal rauskommen, zumindest Richtung Ende 2022. Und diese Firma, also diese Quantum Group, die damit in Verbindung steht, möchte gerne Lamborghini aufkaufen. Es geht bei dem Kauf um Lamborghini an sich, um die Marke, also um das Werk in Italien und auch um die Motorsport-Sachen, das heißt also sämtliche Motorsport-Aktivitäten. Ob das Ganze dann stattfindet für diese 7,5 Milliarden Euro, weiß man noch nicht. Das Ganze ist noch unsicher, da wird VW sicherlich noch beraten und das steht noch nicht so ganz fest. Man hatte ja aber schon vorher gesagt, dass VW ein bisschen aussortieren möchte. Bugatti steht ja wohl angeblich auch zum Verkauf. Wir kommen jetzt aber nochmal wieder zurück zu einem Modekonzern und zwar Hugo Boss. Hugo Boss kennt ihr sicherlich, die Anzüge und so weiter. Hugo Boss ist gerade ziemlich stark in einem Umbau. Sie möchten wieder ein bisschen back to the roots kommen, haben sich da wohl ein bisschen verspekuliert, ein bisschen zu viel drumherum gemacht. Und jetzt möchte man gerne wieder dahin zurück, wo man war. Und dafür hat man auch ein bisschen Unterstützung gesucht. Es gibt eine Firma, der britische Sportmodehersteller Frazers und die haben ja schon Anteile an Hugo Boss. Jetzt hatte man darüber gesprochen, dass die eventuell Hugo Boss komplett aufkaufen, also Mehrheitsanteil-Eigner werden. Das Ganze soll aber wohl nicht stattfinden. Das hat zumindest Fraser selber bekannt gegeben. Im Vornherein war es so, dass halt über mehrere Gruppen bekannt wurde, dass das eventuell so sein könnte, dass Frazers Hugo Boss aufkauft bzw. der Mehrheitsanteil-Eigner wird. Und dadurch ist der Kurs ziemlich in die Höhe geschossen. Kommen wir zur nächsten deutschen Aktie und das war der Allianz. Und es ist ja so, dass die Allianz einfach ein sehr, sehr großer Versicherer ist. Einer der größten der Welt. Und unter anderem sind sie im Übrigen auch über eine Tochtergesellschaft einer der Hauptversicherer, zum Beispiel in Hollywood. Und das Ganze hat jetzt natürlich sehr, sehr viel Geld gekostet insgesamt. Man blickt dort jetzt aber sehr, sehr positiv in die Zukunft und sagt jetzt, dass man natürlich dadurch, dass jetzt nicht mehr so viele Ausfälle und so weiter kommen, sehr, sehr viel mehr Geld einnehmen kann. Außerdem ist es so, dass sie eh ein sehr, sehr starkes Quartal hatten. Habt ihr vielleicht gemerkt, nach den Quartalszahlen ging es ziemlich stark nach oben. Und jetzt gerade ist man auch wieder am Überlegen, ob man dann wieder Aktienrückkäufe startet. Das hat man ja im Jahr 2020 ausgesetzt. Das wird jetzt eventuell im Jahr 2021 dann wieder fortgesetzt. Beim Versicherungsbereich war es sogar so, dass man 50% mehr Ertrag gemacht hat. Und zum Beispiel im Vermögensbereich, heißt also ETFs, ETC, dieser ganze Vermögensbereich, hat man in etwa 10% mehr Ertrag gehabt. Das also zur Allianz. Wir kommen jetzt zum nächsten europäischen Konzern zumindest, nämlich zu Airbus. Airbus hat ja durch die Corona-Pandemie ziemlich viel wegstecken müssen. Und jetzt ist es so, dass Airbus wohl angeblich die Zulieferer für ihre Teile darauf vorbereitet hat, dass mehr Flugzeuge wieder hergestellt werden. Explizit geht es darum, ums erste Quartal, beziehungsweise zweite Quartal ab dem Jahr 2023. Das heißt also, man blickt dort positiv in die Zukunft, hat bei den Zulieferern also schon mal angeklopft und gesagt, okay, wir werden jetzt wieder mehr bestellen, es wird wieder mehr gehen. Aktuell ist es so, dass aus der A320er-Familie 45 Flugzeuge pro Monat gebaut werden. Das Ganze soll dann erweitert werden. Dort wird eine weitere Erholung dann angesprochen und zwar bis zum Jahre 2024. Mitte 2024 sollen es dann angeblich schon 70 Maschinen, beziehungsweise Flugzeuge werden. Und man hat sich wohl freigehalten, ab 2025 dann dementsprechend 75 Flugzeuge, beziehungsweise Maschinen pro Monat herzustellen. Kommen wir nochmal zu Beyond Meat, denn die sind ja ziemlich stark gestiegen Anfang der Woche. 12,5 Prozent und da kann man sagen, das hatte eigentlich gar keine großartig fundamentalen News, aber es gab so ein bisschen wohl diesen Blickwinkel, den neuen Blickwinkel, denn bei Oatlay zum Beispiel hat man gesehen, da kamen wieder ganz, ganz viele neue News zu diesem vegetarischen, beziehungsweise Veggie-Fleisch. Und es war jetzt einfach so, dass man dadurch sehr, sehr viel neue Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gab keine neuen News, aber es gibt einfach immer sehr, sehr gute News, vor allen Dingen Sachen wie diese Partnerschaft mit der Yum Brands und auch McDonalds. Denn man muss ja sagen, wenn die Öffnungen wieder da sind, dann wird sich dort um einiges mehr versprochen. Das heißt also, dass die Leute wieder mehr essen gehen und so weiter. Und da verspricht man sich einfach sehr, sehr viel von und damit wird dann wahrscheinlich auch mehr Umsatz kommen. Das Ganze wurde jetzt, denke ich mal, auf dem Markt noch nicht ganz so wahrgenommen. Jetzt allerdings vielleicht mit diesem neuen IPO von Oatlay wurde das Ganze wieder so ein bisschen in die Blickwinkel gefasst, sage ich mal. Und man hat wieder gesehen, okay, da schlummert Potenzial. Das kann man dann durchaus doch kaufen. Deswegen dieser starke Anstieg. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne liken und abonnieren. Da freuen wir uns immer drüber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.